Hallöchen ihr Lieben, willkommen zu diesem neuen Video von mir. Ja, ähm, ich wollte euch heute, ähm, meinen Stall so zeigen, also meine ganzen Pferde und ich trabe sieben Pferde und ich hab mir das alles selbst angespart, da könntest du halt nicht wundern und so. Ja, und ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Ah, sorry. Also, als erstes Pferd zeige ich euch mein Anfangs-Pferd. Ah, und zwar ist das die Strawberry Cake, das ist ein, dieser Fuchs mit den, äh, Socken, mit dem vielweißen, das ist voll süß. Und am letzten, das Strawberry Cake, das ist ein Mädchen. Dann haben wir Cookie Wings, das ist ein Ballach. Äh, ist ein, das ist das Asataku Pony. Das kostet 350 Star Coins und das war ein World Day, aber ich glaube, das ist jetzt auf dem Pferdemarkt oder so. Und als nächstes haben wir uns Diamond Pearl, mein Lieblingspferd, hier gekauft. Das ist jetzt, also die Pferde sind jetzt alle schon auf Level 15, die ich euch bisher gezeigt habe. Das ist ja auch auf Level 15, da. Die ist sogar ganz happy, das find ich geil. Okay, äh, ja, das ist mein Lieblingspferd, ist Connemara und kostet 8.10 und das findet ihr auf der Koppelinsel. Als nächstes war es dann Honey Dream, ist auch ein Connemara. Auch auf der Koppelinsel, ein Bugskin, auch 810 Star Coins. Auch ausgelevelt und auch eine Stute. Äh, ja, dann haben wir uns Maya gekauft. Nee, wir haben uns nicht Maya gekauft. Oh, dann haben wir uns Eisdänzer gekauft, das ist ein Isländer. Für den haben wir echt sehr lange gespart. Denn, sagen wir mal so, 969 Star Coins ist schon eine Menge, da muss man ein bisschen sparen. Na, zwei Monate ungefähr. Dann haben wir keine Box, das ist Maya's Box, genau. Das ist eigentlich Maya's Box, aber Maya's Box findet einfach diese Box von Dings besser. Dann, als nächstes kamen halt die Ponys auch raus. Dann haben wir uns Candy Champion gekauft. Wenn ihr wollt, dass ich mit, ähm, ihm euch zeige, wie ich level und so, dann schreibt das doch bitte mal in die Kommentare. Dann kann ich euch ein bisschen damit mitnehmen und so, ja. Boah, schnell weg. Als nächstes haben wir uns dann auch neu, da hatten wir auch genau genug. Also, da haben wir noch eine Woche gewartet, als die ersten Truckina rauskommen. Und dann hatten wir genug für einen anderen Truckina. Und dann haben wir uns Dark Beauty eine Stute gekauft. Die ist jetzt auf Level 9. Traurigerweise weiter als Candy Champion. Das ist ein bisschen traurig. Und sie mag ich auf jeden Fall auch sehr, sehr gerne. Die ist so besonders. Ich finde das so süß. Und so, ja. Ja, ich finde generell alle Pferde einfach süß und so. Oh mein Gott, ich brauche hier echt ewig, ne? So, jetzt würde mich mal interessieren, ob ihr auch so ein, also ob ihr auch einen Drassen oder genau das Pferd habt und wie das heißt oder so. Und mich würde auch noch interessieren, welches Pferd von mir euch am besten gefällt. Ja, und ich würde tatsächlich sagen, das war es dann auch schon wieder. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.